Das Abenteuer geht weiter. Camelots Feinde verbünden sich. Arthur Pendragon muss sterben. Eine Armee hat bei Tagesanbruch die Grenze überschritten. Ich möchte die Schlacht verhindern. Ich schlage euch einen Zweikampf vor. Zwei Kämpfer, die die Sache unter sich ausmachen. Arthur wird nicht siegen, weil ich die Macht habe, dafür zu sorgen, dass er es nicht tut. Merlin. Die neuen Folgen. Heute um 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF.